Hey, Lady, Sie müssen sich eintragen. Sehe ich denn so gefährlich aus? Ist nicht meine Schuld. So leuten die Vorschriften. Kann ich noch mit? Oh, Verzeihung. Danke für Ihre Hilfe. Gern geschehen. Oh, das ist nicht gut. Wieso ist Fahrstuhl 6 im Wartungsmodus? Komm schon, Mann. Was geht hier vor? Gar nichts, bleiben Sie einfach ruhig. Was war das? Oh mein Gott. Alles in Ordnung? Sie bluten. Ich helfe Ihnen. Oh mein Gott. Es fühlt sich an, als hätte mich was gewissen. Hat jemand einen scharfen Gegenstand dabei, der Sie verletzt haben könnte? Nein. Was dagegen, wenn wir Ihre Taschen durchsuchen? Ja, ich habe was dagegen, wir können ja Ihre durchsuchen. Was war das? Da blockiert was. Sie klemmt. Oh, oh, oh. Kommt mir ja nicht zu nah, egal wer. Sofort auseinander, verstanden? Oh mein Gott. Mach das Licht an! Wer bist du?